Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Wii Online. Heute mal nur mit drei Spielern. Ich nehme schon am Donnerstag auf. Und das Video wird wahrscheinlich schon am Samstag kommen. Weil Freitag und Samstag habe ich nichts wirklich zu ihr, oh Gott. Ah, super. Erste Runde und erste geile Strecke. Los Jungs, ihr habt zwei, ihr habt zwei. Oh, super. Also ich hatte sogar zwei Fragen bekommen in den Kommentare. Von dem lieben Daniel 2005. Und hier werde ich einmal überbeantworten. Und zwar wäre es die erste. Gehst du zu den Wahlen am 26.09? Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Warum? Weil ich Politik einfach nicht mag. Aus mehreren Gründen. Und Pah, Treffer. Mit ner Red. Dann wo war ich nochmal stehen gelieb? Ach ja. Warum ich die Politik jetzt nicht so mag. Es gibt mehreren. Erstens, weil es mich nur interessiert. Und... Na, ich glaube ich weiß nicht mehr Gründe. Aber es gibt ein paar Storys, warum ich es hasse. Und ich hätte insgesamt zwei. Die erste ist, vor glaube ich zwei oder drei Jahren. Da wollte ich ganz normal... Entschuldigung. Ganz normal einkaufen gehen. Und dann haben mich zwei bis drei von denen einfach angehalten. Und sagen, bitte wählen, bitte wählen, bitte wählen. Dann würde ich mir denken, alter. Ich habe was besseres zu tun. Ja, ich kann es auch verstehen, dass es mal ein paar Wahlen versucht zu bekommen. Aber es nervt nicht einfach. Ich möchte auch noch meinen freien Tag genießen. Wow. Na, für mich gibt es nicht wieder Connect-Probleme. Davor hatte ich schon Probleme gehabt. Aber... Damit ich mehr sagen kann, bzw. ich mehr erzählen kann, sehen wir uns gleich. Oh, sogar mit vier Spielern. Ist jetzt leider eine neue Lobby, weil ich in der letzten Disconnected wurde. Also... Was hatte ich denn beim letzten nochmal gesagt? Genau. Und zwar... Zu dem Warum... Zu... Ich, der keinen Satz zu Ende bringt. Also genau. Warum... Genau. Ich habe vergessen zu sprechen. Sorry. Und zwar... Warum mich die Politikerin nicht hasse. Und zwar hatte ich ja mal ein Date gehabt. Das war für mich richtig crazy. Ich war damals wieder so... Single. Und da hat mich ein Funkel gefragt. Ey, Alter. Ich habe für dich eine neue Freundin. Könnte ich dir mal präsentieren? Und ich zum Anfang... Nee, lass. Ich such keine. Und dann sagte er... Ach komm. Bitte gib mir mal eine Chance. Ha... Ja genau. Und dann habe ich gemeint... Ach, okay. Von mir aus. Anfangs hatten wir uns zwar gut verstanden. Aber am nächsten Tag... kam der ganze Politik... Mist, was die da sagt. Ja, Politik... Ja, Politik hier. Dann hatte ich gar keinen Bock mehr und direkt blockiert. Ey, weil sowas kommt einfach nicht so gut in einem Date an. Unterhalt doch irgendwas anderes. Aber doch nicht über Politik. Da kommt man doch schnell ins Feuer. Wen interessiert das? Außer der Typ interessiert sich wirklich dafür. Ja... Läuft wieder gut das Rennen. Und seit... Dem mag ich Politiker allgemein nicht. Erstens wegen den Gründen. Und zweitens... Weil es mich einfach nur nervt. Und ich komme mal zur zweiten Frage. Weil das jetzt irgendwie lustig klingt. Wie alt bin ich? Einige kennen mich ja aus dem Discord. Und die wissen ja schon mein Alter. Ach komm. Aber ich glaube man wird es mir jetzt eh nicht glauben. Und zwar bin ich 29. Und jetzt komme ich vor. Äh Alter, du, 29. Warum ist die sündige Duffelgrafik? Entschuldigung, wenn ich ein... Ein... Wie nennt man das Wort? Digitaler Neandertaler bin. Es tut mir leid. Ach komm. Wie schlecht kann man nur fahren, ne? Ja, es hört sich komisch an. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Disconnectrometer, genau das meine ich damit. Wir sehen uns gleich. Geil, ich nehme gerade auf und alle wieder disconnecten. Vielen Dank auch. Einfach nur nervig, ständig disconnected zu werden. Oh, willst du mit mir denn sie? Yeah! Party! Eigentlich mal einer, der Bock hat. Geil! Afo Jagd. Ich liebe es, wenn jemand mitmacht. Ja, solche Leute hätte ich besonders gerne. Und nochmal Grüße an den, auch wenn er, glaube ich, kein Deutsch sprechen wird. Au. Ein Trump. McDonalds. Trump. Der McDonalds Trump ist los. Hallo. Wow. Meine Skills. Leider habe ich halt irgendwie keine Themen, aber es nervt halt einfach, dass ich ständig disconnected wird. Und die zwei Vodafone, den einen, den ich gerade überholt habe, der war auch meinem ersten schon dabei. Also manchmal war ich... Wie fahr ich denn? Wow. Ich kann nichts snimen, aber mich selbst. Kamikaze. Oh. Er wurde erwischt. Der McDonalds Trump wurde erwischt. Ja. Wie dumm war ich denn? Ja. Ich, 29, habe mein Deutsch vergessen zu lernen. Ciao. Als ob ich ihn wirklich getroffen habe. Ich hätte es wirklich mal, das ist wieder komplett in die Lehre. Bei manchmal wie lange sich die Lobby hält. Ja, okay. Da vor mir ist noch okay. Aber sowas finde ich geil. Man danzt, ist auf die letzten Plätze. Und man try it richtig nach vorne. Ich liebe dieses Gefühl. Egal. Wir sehen uns gleich. Und auf zur nächsten Runde. Der Disconnect Runde. Ach komm. Wieso hast du denn jetzt keinen Bock? Keinen Bock? Keinen Bock, try it zu haben. Ach man. Jetzt will ich ihn doch nicht hätten. Oder sie. Oder was weiß ich. Ah. Ui. Da wäre sogar ein Blinder flexibler als ich. Ah. So. Tschüss. Nein. Habe ich den gehettet? Ah. Zum Glück nur eine Feder. Den wollte ich nicht hätten. Oh. 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 Miku. Wo ist die echte Miku? Oder ist das Mikus Bruder? Ah. Das wäre. Boah. Die Vorstellung. Aber lustig wärs. Oder was will man noch irgendwie. Alter. Ich mache ein Sportwitze damit. Nico. Nico. Nee. Das würde mir als würde es auch noch einfallen. Stimmt ja die Buchstaben nicht ganz richtig. Wenn man das Kau und das U noch austauschen würde, dann würde es gut passen. Au. Aber mich wundert es, dass ich bis jetzt noch nicht connected wurde. Sonst ist es nach zwei Jahren gleich vorbei. Na gucke. Attacke. Irgendwie habe ich leider halt keine Themen. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen oder vielleicht Challenge Vorschläge habt, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann würde ich die mal gerne beantworten und ich hätte sogar... Wow. Nein danke. Ich glaube ich habe mich zu sehr über Nico lustig gemacht. Ich glaube ich... Nein. Ich will nicht. Ich will nicht vor. Schieß doch vor. Boah. Der steht einer mit 50 Kilometer. Du hast sogar ein Glück und kommt mit Blue. Come on. Tu es. Tu es für YouTube. Ach. Ernsthaft? Ach. Gib her. Komm, komm, komm. Komm weg Trump. Okay. Okay. Habe ich ihn erwischt? Wen habe ich erwischt? Wen habe ich erwischt? Wen habe ich erwischt? Okay. Kann ich leben. Dachte ich hätte die andere erwischt bei denen. Nein. Weg von mir. Ach komm. Nein. Ich glaube das ist jetzt das Karma, weil ich mich über den Namen lustig gemacht habe. Das ist auf jeden Fall das Karma. Oh Blue Shell. Ich habe sie aus dem Keller befreit. Nein. Tu mir das nicht dann. Danke. Okay. Oder so. Na, ich gehe lieber den Laber schwimmen. Das nehme ich auch gerne mit. Achtung. Der Arzt kommt. Ich muss durch. Der dritte Platz wartet auf mich. Danke sehr. Ihr Patient ist gestorben. Danke für den Wix. Au. Mac Trump überholt. Der Mac Trump wurde überholt. Mir fällt da einfach nichts ein. Ich versuche nur unterhaltsam zu werden. Nein. Bin ich jetzt da da? Oh, wer ist vor mir? Oh nein. Es waren bloß die zwei, über die ich am ganzem gerade lustig gemacht habe. Das ist einfach nur Karma. Das kommt jetzt davon, weil ich mich da so sehr lustig gemacht habe. Was ist das für eine Gruppe? Ich komme gleich an mit einem Klopp-Namen. Egal. Wird wahrscheinlich hier das letzte Rennen sein. Na dann. Bis gleich. Und zum Abschluss noch Marius' Rennpiste. Wer will die Leute gerne nennen? Logos Piste. Na, wer hat Bock? Wer hat Bock? Wer hat Bock? Ach komm. Oh, du hast Bock. Oh ja. Party. Willst du doch mitmachen? Party. Okay. Warum machen wir das jetzt doch eigentlich? Okay. Ich tanze noch ein paar Minuten. Äh, Sekunden. Ich glaube, nach ein paar Minuten würde ich sogar... Do you kidding me? Als ob der wirklich noch wartet. Oder die. Oder das. Wow. Als ob die wirklich hier noch wartet. Wie geil. Wie geil. Ah, solche Leute hab ich echt gerne in der Lobby. Einfach mal denken. Ach egal. Ein bisschen Dance schadet ja auch nicht. Okay, bei der Strecke kann man sich das ja auch erlauben. Wo ist der nie? Wo ist Niku? Äh, LOL. Als ob der da immer noch dance will. Das kann ich mir nicht leisten. Sorry. Hey. Wo ist das denn jetzt dafür? Da kann ich jetzt nichts dafür. Äh, das ist... Ach komm. Ich glaub das war... Alter, wie weit ist denn da vorne? Egal. Abreimen. Will ich mal absichtlich reimen von Schaffis nicht. Aber will ich mal nicht absichtlich reimen von Schaffis. Ah. In einem Gegenteiltag wäre ich fällig. Ach ja, und nächste Woche ist dann wieder Challenge. Ich hab mir auf jeden Fall schon was ausgedacht. Aber das einzige was ich verraten kann wird auf jeden Fall eine Old Squid Challenge. Und zwar... Mit welchem Fahrzeug ich damals MKV zuerst gespielt habe. Das allererste... Ach komm. Wenn du ne Blue Shell dringend brauchst, aber die in dem Moment kommen, wenn du sie eh nicht mehr brauchst. Autsch. Hätte ich gegönnt, aber leider sorry. Da werde ich mein erstes Fahrzeug nehmen, was ich damals im MKV gespielt habe. Plus den Charakter. Was das sein wird, werde ich euch in dem nächsten Part verraten. Na dann. Ich hoffe, jeder Part hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und... Ciao.